Holt uns um 10 Uhr ab. Lasst uns nicht warten. Okay, abgemacht. Du kommst also mit uns in den Club, okay? Hey, was willst du? Was ist los mit dir? Hey, lass ihn in Ruhe, Mann. Sonst was? Sonst das! Kamil! Kamil! Schrei nicht, Puzzle, sonst wächst du meine Eltern auf. Kommst du mit in den Club oder nicht? Die Mädchen warten schon. Ja, nur eine Sekunde. Beeil dich, okay? Hier ist es voll kalt. Das ist voll gefährlich. Ja, es ist zu gefährlich. Ich mach das nicht mehr. Okay, wollen wir gehen? Lass uns gehen. Es ist echt cool hier. Vier Colas. Kamil, was machst du da? Wir sind in einem Club. Vier Mojitos, aber alkoholfrei. Ja, wir sind in einem Club.